Hamas-Chef Ismail Haniya trifft den neu vereidigten iranischen Präsidenten Massoud Peseshkian in der iranischen Hauptstadt Teheran. Kurz nach dieser Zusammenkunft wurde Haniya nach Angaben der Hamas bei einem Angriff auf dessen Residenz in Teheran getötet. Die radikal-islamische Palästinenser-Organisation macht Israel für die Attacke verantwortlich. Die iranischen Revolutionsgarden bestätigen den Tod Haniyas. Neben ihm seien demnach auch dessen Leibwächter getötet worden. Ein ranghoher Hamas-Vertreter erklärte, die Ermordung Haniyas sei, Zitat, eine feige Tat und werde nicht unbeantwortet bleiben. Haniya wurde 2017 Chef des Hamas-Politbüros. Er lebte im Exil in der Türkei und in Katar. Israel lehnte einen Kommentar zu den Berichten ab. Die israelische Regierung hatte aber immer wieder erklärt, die Hamas vernichten zu wollen. Mehrere Regierungen verurteilten Haniyas Tötungsschaf, darunter die der Türkei und Russlands. Er trekt App, immer wieder hin zum Beispiel. Herr Hio. Er ist das, was er ausser 역- und Russlands ist für die »Koß«, die hier in den Herbstfällen hatte. Sie haben immer wieder begonnen.